Guten Tag! Hallo! Hallo! Ciao, bello! Ciao, bello! Ich habe eine... Bung! Werbung! 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 Ihr Name? Ciao, ciao! Dieser EST Ich habe einen Dornen, ich habe einen Dornen. Dutch Industries Ich habe einen Dornen, weil ich sie nicht mehr da bin. Ich habe einen Dornen, einen Dornen und den Otomen. Das ist der Dornen, wir unsere Dornen, der Dornen, die Dornen, die Dornen ist totaler und natürlich mit Fels und Wasser. Und Und er sagt, dass alle Bier ist nicht. Und eigentlich wird Bier nicht mehr. Weil raken, wenn ich raken, dann wird es eine Bier drin. Jetzt in der Pause gehst du raus und dann kriegst du drauf. Ah, okay. Das reicht durch zu. Dann? Danke für den Wörter. Einfach schön aufwärtig. Jetzt ist die moderne Rufuhrer. Er hat einen der 20. Innovat. Einfach schön aufwärtig. Einfach schön aufwärtig. Einfach schön aufwärtig. 160 für 1.36 Uhr. Einfach schön aufwärtig. Dann? Das kostet 20.000 Euro. 20.000 Euro. 50 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 Euro. Alltags bezahlen wir diesen Metzellen auch in Mark? No. Euro. Neuro. Okay. Neuro. In Euro, was ist das bei einem Auto? Na. Ne? Das war gut. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir haben keine Ahnung. Bei uns. 70.000 Euro. Ahi, die Leute! Ahi, die Leute, die sind so verraten. Das ist so gut! Wie ist die Leute, das ist so gut? Das ist so gut! Das ist so gut! Das ist so gut! Das ist so gut! Was machen wir mit dem Telefonnummer? Das ist so gut! Das ist so gut!